siehst du denn schüsse schüsse wer gefeuert weiß ich nicht vielleicht waren die auch gerade auf den anders rechts an der straße wo der andere herkommen kommt noch ein tap ist transport hier unter mir gerade warum warst du das mit pfeifen deswegen habe ich das nur auf meinem rechten oder